Was einmal Geist hieß, wird von der Illustration abgelöst. Er sagt Adorno und kritisiert damit die Entsinnlichung unseres Erlebens durch vorgebliche Bilder. Er sprach damals von der oberflächlichen Versinnbildlichung einer Reportage in ihrer scheinbaren Anschaulichkeit. Das gewohnte Verhältnis von sinnlich wahrgenommenen und Denken als dem Nachdenken des Wahrgenommenen steht auf dem Kopf. Das Gesehene, die illustrierte Statistik oder Reportage etwa eines Kriegsereignisses ist bereits ein Denkergebnis, das uns nunmehr präsentiert wird. Das Gesehene, die wir hier sehen, ist mein Vater, das hier. Ah ok, ich habe das. Der Vieux hier ist, das hier ist, dass wir die Fetiche für den Togo haben. Er ist in Kwando, in Ghana.